Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen Auch der Reiche starb und wurde begraben In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann selbst wenn er wollte Da sagte der Reiche Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters denn ich habe noch fünf Brüder Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen Abraham aber sagte Sie haben Mose und die Propheten Auf die sollen sie hören Er erwiderte Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren Darauf sagte Abraham Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht Abonniert Abonniert Untertitelung des ZDF, 2020